So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Das wird jetzt in die Rubrik Prognosevideos fallen, denn ich gebe jetzt mal so einen kurzen Ausblick, was ich jetzt denke von dieser ganzen Situation, die jetzt um uns herum passiert, wozu das führen wird, wie schaut denn unsere Zukunft aus? Und da darfst du auf jeden Fall gespannt sein. Bevor wir aber jetzt starten, hier oben störtepriester.de, da gibt es den Reiter Support und das ist ganz wichtig, da findest du alle Links von mir. Da ist auch neu dazugekommen Soundcloud und Odyssey, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich Soundcloud weiter betreibe. Also ich habe jetzt da mal einige Videos hochgeladen, aber so wie es ausschaut, kostet das dann was, wenn man da dann mehr hochlädt. Also es sind ja dann keine Videos, sondern so Podcasts in Audioform. Hat da vielleicht von euch jemand Erfahrung, wie man damit umgeht, aber ich möchte auf gar keinen Fall dafür bezahlen, dass ich jetzt die Arbeit habe, die Videos hier zu machen oder auch in Audioform und dass dann die noch abkassieren da, dass ich das euch zur Verfügung stelle. Dann fliegt das auch bei mir wieder raus. Ganz interessant auch Odyssey, das ist so gesehen ein Backup von meinem YouTube-Channel. Und ja, der Telegram-Kanal, auch wichtig, das fungiert bei mir als Newsletter. Immer wenn ich ein neues Video mache, informiere ich meine Leute darüber. Und jetzt starten wir einfach mal ins Thema rein. Ich habe mir da ein paar Notizen aufgeschrieben. Und das erste betrifft jetzt Deutschland direkt. Durch diesen Ukraine-Konflikt, weil wir Deutschen uns da einmischen. Also ich möchte jetzt hier nochmal vorab sagen, ich bin nicht für Krieg. Ich bin nicht dafür, dass irgendwie hilflose Menschen da beschossen werden. Andererseits geht mich der Krieg in der Ukraine auch nichts an. Und ich bin der Meinung, dass es falsch ist, wenn sich Deutschland da einmischt, indem sie da Waffen hinliefern oder sich mit dem Putin anlegen. Das ist meine höchstpersönliche Meinung. Das mag jeder anders sehen. Aber ich sehe das nun mal so. Und das Hauptproblem wird das Thema sein mit dem Gas. Als ich neulich spazieren gegangen bin, hatte ich so eine Art Gedankenblitz. Und normalerweise ist es halt so, dass in Deutschland die meisten Menschen mit Öl oder mit Gas heizen. Also eigentlich mehr mit Gas. Und jetzt werden schon manche sagen, wenn das Gas, wenn es das nicht mehr gibt oder wenn das so teuer wird, dann heizen wir halt mit Holz. Aber eben so ganze Straßenblocks, wie sollen die denn mit Holz heizen? Die können sich ja nicht mal schnell dann einen Kachelofen ins Wohnzimmer bauen. Und dann werden auch die Holzpreise genauso zunehmen. Oder gehen wir dann alle irgendwie selbstständig in den Wald und schlagen da irgendwelche Bäume um, was man ja auch gar nicht darf. Und da habe ich mir überlegt, dass das ja eigentlich nicht funktionieren kann, wenn Deutschland jetzt dieses Problem mit dem Gas nicht in den Griff kriegt. Und der Putin, der leitet ja jetzt schon viel Gas um nach China. Die freuen sich wie ein Schnitzel, dass sie jetzt endlich mehr Gas bekommen. Und jeder technologische Fortschritt hatte etwas mit Energie zu tun. Das bedeutet, das Gas, was für uns bestimmt war, wird immer mehr nach China geleitet. Und momentan bekommen wir ja noch Gaslieferungen von Russland. Aber wenn wir jetzt den Putin so verärgern, so wie es unsere Politiker machen, indem wir der Ukraine Waffen schicken, da wo, by the way, noch mehr Menschen umgebracht werden. Drum ist das für mich sowieso völlig sinnfrei. Dann empfindet Putin Deutschland als unfreundliches Land. Und wenn jetzt China sagt, und China ist ein sehr großes Land, die extrem daran interessiert sind, den technologischen Fortschritt voranzutreiben, die nehmen doch auch gern dieses Gas, das was jetzt über dieses Nord Stream 1 zu uns geliefert wird oder was es da sonst noch alles so gibt. Aber im Endeffekt ist er Deutschland abhängig von sogenannten Pipelines. Und das ist auch das umweltfreundlichste. Und jetzt meine Überlegung, wie schaut das aus in vielen Mietswohnungen, wenn es dann kein Gas mehr gibt? Also erstmal geht der Preis durch die Decke. Dann können sich das manche vielleicht noch leisten. Aber was passiert, wenn es gar kein Gas mehr gibt? Weil wenn jetzt die Pipelines zugedreht werden, dann muss das Gas ja erstmal über Schiffe transportiert werden. Aber wir haben ja gar kein Terminal, dass wir dieses Gas in Empfang nehmen können. Das muss ja erst gebaut werden. Und das muss ja erst wieder alles angepasst werden an das Gasnetz. Und dann sind wir auch auf Gedeih und Verderb den Amerikanern ausgeliefert. So den Russen, dann den Amerikanern. Und unser grüner Habeck, der ist jetzt da auch schon dann nach Katar angereist. Da oben sind immer die Links eingeblendet auf Zeit.de. In den Zwängen der Zeit. Das hätte man auch nie gedacht. Ein grüner Politiker handelt mit Katar einen Erdgas-Deal aus. So, aber was ist jetzt da besser, wenn jetzt diese Pipeline in Deutschland schon liegt und man müsste die nur in Betrieb nehmen? Oder dass man jetzt das Gas aus Saudi-Arabien holt? Und was ja da auch ziemlich krass ist, wenn man dann wieder andere Artikel anschaut, Massenhinrichtung von 81 Menschen. Und das ist ja nicht alles. Und jetzt ist halt die Frage, welcher Staat ist denn am schlimmsten und welcher ist vielleicht nicht ganz so schlimm und dann kaufen wir da das Gas. Wie jetzt auch da beim Argo-Nerd, da von Katars Gnaden an seiner Erfahrung in der Finanzwelt lag es kaum, dass Sigmar Gabriel Aufseher bei der Deutschen Bank wird. Wichtiger sind die Kontakte des Ex-Politikers und der großen Einfluss des Emirats Katar auf den Konzern. Also man sieht, was hier gelaufen ist und jetzt aber hier. Am dümmsten war der Vergleich mit Russland. Katar bedroht niemanden, finanziert keine Terrororganisationen, sondern beherbergt auf Wunsch der USA die Hamas und die Taliban, um in Doha mit ihnen verhandeln zu können. Katar ist schlicht ein verlässlicher Partner des Westens. Und da unten, Katar fordert Rücksicht auf homophobische Kultur. Also, und jetzt fragt euch mal, für was die ganzen Deutschen jetzt da einstehen. Das ganze Fridays for Futures, da werden ja dann auch so Sängerinnen ausgeladen, weil die Dreadlocks haben, aber weiße Hautfarbe, aber das könnt ihr selber nachlesen. Katar, Sportsender macht Stimmung gegen Homosexualität. Wie Katar den Krieg jetzt in Jemen anheizt. Da bin ich mir auch nicht sicher, da der Sigmar Gabriel schreibt mal Katar jetzt eigentlich mit K, so hätte ich jetzt gedacht, aber er schreibt es jetzt irgendwie mit K, Katar. Ja, sei es wie es ist. Aber da ist halt jetzt die Frage, wo nimmt man jetzt das Gas her? Pest oder Cholera? Und für mich ist das einfach nicht logisch, wenn da schon eine Pipeline liegt. Und ich denke einfach mal, wenn Deutschland dieses Gasproblem nicht in den Griff kriegt, dass der Wohlstand einfach flöten geht. Weil wenn man sich das jetzt auf der Karte anschaut, auf Google Maps, also diese Pipeline, die ist ja von Russland da direkt dann nach Deutschland gelegt, die müsste man ja nur in Betrieb nehmen. Es ist jetzt die Frage, ob das der Putin überhaupt noch will. Wer ich jetzt da habe, würde ich persönlich zu Putin reisen und würde mich da höchstwahrscheinlich entschuldigen, dass wir dieses Gas bekommen, dass wir in Deutschland irgendwie normal weiterleben können. Stattdessen fliegt er dann nach Katar. Das ist da unten, die Vereinigte Arabische Emirate. Und jetzt ist die Frage, wie kommt jetzt das Gas von hier unten nach da oben? Naja, das geht ja dann nur mit einem Tankschiff. Das kann dann hier rüber schippern. Dann geht es da höchstwahrscheinlich mal bei vielen Piraten da vorbei. Und dann muss dieses Schiff ja durch diesen Suezkanal da durch. Also ihr könnt euch erinnern, da ist ja letztes Jahr so ein Schiff quer hergestanden. Da ging dann nichts mehr vorwärts und nichts mehr rückwärts. Das ist dann natürlich schlecht, wenn das dann zu kalten Monaten passiert oder wenn sich vorher nicht genügend Gas in den Gasspeichern befindet. Und dieser Suezkanal, der wird aus welchem Grund auch immer versperrt, dann kommt hier das Schiff schon mal gar nicht durch. Aber schaut euch mal den Irrsinn an. Man muss jetzt da mit diesem Containerschiff oder mit diesem Tankschiff, was das auch immer ist, das stoßt der Unmengen an CO2 aus. Also ich meine mal gelesen zu haben, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das hundertprozentig stimmt. Wenn jetzt aus USA so ein Gasschiff rüberfährt, dass das so viel CO2 in die Atmosphäre pumpt, wie ein Jahr lang alle Autos auf der ganzen Welt ausstößen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich stimmen kann. Das sind halt total krasse Zahlen. Das bedeutet, wenn man nur ein Schiff weglassen würde, könnte man ein ganzes Jahr lang Auto fahren, also alle Autos weltweit und hätte so gesehen das Gleiche. Aber bitte prüft das nochmal. Mit der Quelle bin ich mir nicht so sicher. Aber so habe ich es halt gehört. Auf jeden Fall sollte das auch nicht stimmen. Ich meine, brauchen wir uns ja nichts vormachen, wenn so ein schweres Schiff von USA nach Deutschland fährt, dass das wahrscheinlich nicht mit Zuckerwasser fährt. Das dürfte eigentlich eben klar sein. Egal, auf jeden Fall, das Schiff muss dann von hier so rüberfahren, dann durch diesen Suezkanal durch, dann ist es im Mittelmeer und dann ist die Frage, wie und wo kommt das Gas dann nach Deutschland? Kann man dann da irgendwo in Italien so ein Terminal machen? Geht das überhaupt mit den Italienern oder mit den Franzosen, wo dann von diesem Terminal aus dann LKWs dann nach Deutschland fahren und das in irgendwelche Gasspeicherpumpen? Oder ist das gar nicht möglich? Und das Schiff muss durch das ganze Mittelmeer fahren, dann durch diese Meerenge von Gibraltar durch, dann hier außen rum fahren, durch den Ärmelkanal und erst darüber dann zu Deutschland. Und da brauchen wir ja dann auch diese Terminals und die sind ja auch noch nicht gebaut und die kosten ja auch wieder eine Menge. Und jetzt ist halt die Frage, ist es einfach logisch, dass man das Schiff da rüberfahren lässt, anstatt dass man jetzt diese Pipeline in Betrieb setzt? Und den größten Fehler, was dieser Scholzen, was diese Politiker gemacht haben, dass sie sich mit Putin verscherzt haben. Und wir werden da jetzt in einen Krieg reingezogen, der uns überhaupt nichts angeht. Und klar ist das schlimm für die Bevölkerung, für die Kinder und alles. Aber was haben die Sanktionen oder diese Waffenlieferungen denn gebracht, außer noch mehr Tote? Das ist jetzt die Frage an euch. Und glaubt ihr ganz ehrlich, wenn wir Russland sanktionieren und jetzt da alles abdrehen, dass das den Putin irgendwie beeindruckt? Der macht seine Geschäfte mit China. Und China will einfach führend sein auf der Welt. Die freuen sich über jedes bisschen Energie, was sie kriegen können. Also ich glaube nicht, dass der Putin uns braucht. Das wäre ungefähr so, wie wenn du jetzt etwas verkaufst. Ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich verkaufe ja CDs und T-Shirts und ich habe jetzt da einen Fan, der die ganze Zeit rummeckert und mir zum Beispiel schreibt, wenn du jetzt in deinem Podcast gegen das Impfen bist, dann kaufe ich von dir keine CDs mehr, dann kaufe ich weniger CDs. Aber auf der anderen Seite habe ich genug andere Leute, die meine CDs kaufen und ich habe ja gar nicht so viele CDs da, dass ich alle bedienen kann. Glaubt ihr, dass ich auf den dann Rücksicht nehme, dass der mir droht? Dann sage ich, mach dich doch vom Acker. Du brauchst von mir gar nichts mehr kaufen. Und dann ist es aber auch gut. Und konzentriere mich auf die Kunden, die sich das gern anschauen und die dann meine Sachen kaufen. Jetzt übertrieben oder überspitzt ausgedrückt. Und China ist ja ein Land mit sehr, sehr viel Potenzial. Das kann ja jede Menge Gas gebrauchen. Und ich gehe stark davon aus, dass Putin dann den Gashahn in Deutschland komplett zudreht. Jetzt gibt es ja schon die Diskussionen oder das wird schon beschlossen, dass jetzt diese Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlt werden können. Und das ist eben diese Konsequenz, weil wir uns da vorne so hingestellt haben, also wir nicht, aber halt diese schlauen Politiker, sei es jetzt die Baerbock, der Habeck, der Scholz mit angeschwellter Brust und haben gesagt, du böser Putin, dann kaufen wir dein Gas nicht mehr. Und der Putin sagt, das ist mir doch völlig egal, wenn es überhaupt noch Gas von mir wollt, weil ihr habt ja kein Gas, dann nur noch in Rubel. Also ich glaube, wir haben uns jetzt so ins Fleisch geschnitten. Und momentan ist jetzt so ein bisschen die Stimmung so Freedom Day, aber spätestens zum Winter hin dann, wenn dann kein Gas vorhanden ist. Da kann ja der Gaspreis noch so hoch steigen. Das hilft ja auch nichts, wenn der sich irgendwie verhundertfacht. Und dann gibt es noch reiche Menschen, die sich das leisten können. Wenn es gar kein Gas gibt, dann kriegen die das auch nicht. Und was machen dann so Industriefirmen in Deutschland, die ja dann ohne dem Gas nicht produzieren können? Die ganzen Mietwohnungen, die ohne Gas nicht heizen können. Und klar gibt es dann welche auf dem Land, die wohl sagen, mich betrifft das nicht. Ich habe ja meinen Kachelofen. Aber die meisten anderen Menschen betrifft es. Und wenn die dann nicht mehr leben können, weil sie im Winter frieren, dann gehe ich mal davon aus, dass die langfristig wegziehen. Denn so lukrativ als Arbeitgeber ist ja Deutschland auch nicht mit dieser ganzen Steuerlast. Ich gehe jetzt einfach nur in den Bereich IT. Das wird ja gesucht wie die Sau. Und da gibt es ja auch richtige Talente in Deutschland. Aber die müssen teilweise einen Chef in den Hintern kriegen, der völlig altmodisch ist und der komische Regeln in seiner Firma aufsetzt und denkt, er wäre am längeren Hebel. Was aber gar nicht ist, weil es erstens die Mitarbeiter gar nicht mehr so in Hülle und Fülle gibt. Und die Frage ist halt auch mit dieser ganzen Steuerlast, was einem da alles weggenommen wird. Dann wird der Sprit total teuer. Dann im Winter muss man frieren. Da ist dann halt einfach so die Überlegung, ob so Leute dann nicht abwandern in andere Länder. Ich sage jetzt mal USA. Silicon Valley freut sich, weil der Hunger da nach IT-Systemen, der ist ja enorm. Oder die gehen nach China, kommen vielleicht mit diesem Social Credit System klar. Keine Ahnung. Und es gibt ja noch mehrere aufstrebende Länder. Und dann verlassen die alle Deutschland. Weil wer hat den Bock im Winter zu frieren, viele Steuern zu zahlen und das Ganze für nichts und wieder nichts. Und ändern tut es ja im Endeffekt auch nichts. Oder hat der Putin jetzt aufgehört mit dem Krieg, weil wir als Deutschen da Sanktionen verhängt haben. Das ist doch alles Schwachsinn. Und wir Deutschen glauben ja auch, oder jetzt so diese Gesellschaft. Also ich würde jetzt mal sagen, das hat auch alles was mit Zyklen zu tun. Ich habe mir jetzt zum Beispiel das letzte Video von Marc Friedrich angeschaut. Der erklärt das immer sehr gut mit den Zyklen. Dieser Meinung bin ich auch, dass es einfach verschiedene Generationen gibt. Und da wurde zum Beispiel auch erklärt, also ich versuche es jetzt noch mal zu wiederholen, dass schwere Zeiten starke Menschen hervorbringen, die dann nicht ewig so um den heißen Brei reden, sondern die ins Handeln kommen und die vernünftige Sachen machen. Ich meine bei uns in Deutschland, wenn ich da jetzt auf eine Internetseite gehe, da muss ich erstmal alles wegklicken. Ja, diese Seite verwendet Cookies. Also jeder klickt es weg, keiner liest es durch. Es bringt überhaupt nichts. Aber da waren dann eben auch für mein Dafürhalten schwache Menschen, die sagen, ja wir müssen das regulieren und dann muss das rechtlich in dem Plenum nochmal beredet werden. Und dann gibt es da hunderte Leute, die diskutieren darüber und dann kommen die unsinnigsten Entscheidungen dabei raus. Entweder surfe ich im Internet oder ich surfe nicht im Internet. Und da wird halt alles bis aufs Letzte reglementiert. Wir müssen Telegram abschalten, weil die Meinung passt nicht. Denn für mein Dafürhalten sind das schwache Menschen, die anderen Menschen nicht zutrauen, dass sie selbstständig mit so Meinungen oder mit so Sachen umgehen können. Und schwache Menschen produzieren harte Zeiten. Und aus harten Zeiten gehen dann wieder starke Menschen hervor. Das Problem ist halt nur, dass viele von euch oder ich auch keinen Bock haben auf diese harten Zeiten, die wir uns ja selber einbrocken, indem wir so schwerwiegende Fehler machen bzw. unsere Politiker, die ja der Großteil von euch gewählt hat. Und ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr ertragen, wenn man Facebook aufmacht. Alle heulen wegen diesen Spritpreisen rum. Und viele können sich nichts mehr leisten. Aber wenn es dann ums Wählen geht, wer wählt denn dann die Roten und die Grünen? Das sind doch dann höchstwahrscheinlich die, die wohl jetzt auch jammern. Manche trifft es zu Unrecht wie mich zum Beispiel. Ich habe weder Grün noch habe ich Rot gewählt. Ich habe tatsächlich, ja darf ich jetzt hier nicht sagen, so ich weiß jetzt gar nicht mit dem Wahlgeheimnis. Ihr wisst ja eh, was ich gewählt habe. Also es geht so in diese blaue Richtung. Mir ist es auch persönlich scheißegal, wer damit ein Problem hat, weil das für mich das einzig Wählbare war und alles andere von den ganzen Programmen und von den Politikern halt gar nicht geht. Und selbst bei dieser Partei in Blau weiß ich nicht, ob das dann letztendlich gehen würde, wenn die dann wirklich an die Macht kommen würde oder ob es dann genauso ausschauen würde. Das kann ich euch nicht sagen. Aber man denkt halt immer, wenn man zumindest ein bisschen was macht, indem man wählen geht, dass man vielleicht einigermaßen das bewegen kann. Ich bin mir da auch gar nicht mehr so sicher. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und ich gehe halt auch stark davon aus, dass so ein Klimawandel stattfindet und der kann auch auf natürlicher Ursache entstehen. Und ich glaube halt nicht, dass der Mensch, der wo sich jetzt hinstellt, wieder diese schwachen Menschen, dass die dann einfach sagen können, ja, wir halten den Klimawandel auf, indem wir jetzt höhere Steuern bezahlen. Ich meine, was soll denn Deutschland da höhere Steuern bezahlen? Wie soll das denn den Klimawandel aufhalten? Und ich verstehe nicht, wie die Menschen da in Deutschland dem Ganzen hinterherrennen, weil es für mich auch wieder schwache Menschen sind. Die glauben jetzt tatsächlich, wenn man jetzt auf den Sprit so eine Klimasteuer drauf rechnet oder auf andere Sachen, dass das dann dem Klima zugutekommt. Aber wie soll das denn gehen? Denn so größere Länder wie China, die machen weiter wie zuvor. Und da ist auch die Frage, sind die wirklich dafür verantwortlich? Oder hat es einen natürlichen Ursprung? Wenn man in dieser ganzen Entstehungsgeschichte zurückgeht, gab es immer wieder mal Kaltzeiten und Warmzeiten. Dann sagen viele Wissenschaftler, da heißt es wieder, die Wissenschaftler sind sich einig, genauso wie sich die Wissenschaftler einig waren, dass zum Beispiel die C-Punkt-Impfung komplett risikofrei ist und jetzt kommt auf einmal doch raus, ja, war vielleicht doch nicht so ohne und das wird dann wieder unter den Teppich gekehrt. Und damals, als der Einstein die Bühne betreten hat, da waren sich auch die meisten Wissenschaftler einig, dass das, was der Einstein mit der Relativitätstheorie zum Besten gegeben hat, dass das Schwachsinn ist. Ja, und wer hat jetzt recht? Also der Einstein, also die, die an das geglaubt haben, das waren ja wenige. Und der Rest, der dagegen war, das waren ja viel. Geht es jetzt wirklich darum, dass die meisten Wissenschaftler dafür oder dagegen sind oder geht es um die Wahrheit? Und wenn es um die Wahrheit geht, könnte es sein, dass tausend Wissenschaftler etwas glauben, aber ein Wissenschaftler anderer Meinung ist und dass der dann tatsächlich recht hat. Wie war das denn früher, als die Menschen dachten, dass sich irgendwie die Sonne um die Erde dreht? Oder dass die Erde eine Scheibe ist? Da gibt es ja heute auch noch viele Flacherdler, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich glaube es persönlich nicht, aber da waren sich doch auch alle einig. Auch wo es angeblich diesen Alien-Kontakt gab in Area 51, da gab es ja diesen Bob Lazar oder Rob Lazar, ich glaube Bob Lazar. Und der hat ja irgendwie in den 80er oder in den 70er Jahren schon behauptet, dass Gravitation eine Welle ist. Und da waren ja auch alle Wissenschaftler dagegen und haben gesagt, Gravitation, das muss so ein Teilchen sein im Higgs-Feld, aber das würde jetzt zu weit führen. Im Endeffekt, vor wenigen Jahren wurde dann herausgefunden und auch wissenschaftlich untermauert, dass die Gravitation eine Welle ist. Aber auch der hatte alle Wissenschaftler gegen sich. Das sind jetzt einfach nur so ganz billige Beispiele, die mir einfallen. Und wenn jetzt der Großteil der Wissenschaftler sich sicher ist, der Mensch hat den Klimawandel verursacht, aber es gibt halt auch eine Gruppe von Wissenschaftlern, die das nicht so sehen, dann ist die Frage, wer hat Recht? Und kann man so etwas Komplexes wie das Klima wirklich berechnen und kann sagen, weil jetzt in Deutschland so und so viele Leute Auto fahren, die sind jetzt schuld, dass sich das Klima verändert. Das ist doch alles Schwachsinn, aber wir müssen dafür eine Klimasteuer bezahlen. Ja, und wo führt das Ganze hin? Mit diesem ganzen Gasproblem, dass in Deutschland höchstwahrscheinlich die Leute abwandern, dass Deutschland zum Entwicklungsland wird. Warum? Wenn ich jetzt nach München schaue, ich habe vorhin mal reingeschaut, so normale Wohnungen so um München rum, da zahlt man teilweise 1500 Euro kalt für 40 Quadratmeter. Das ist halt echt ein ordentlicher Preis, denn wir haben eine richtige Mietpreis-Bubble, also die sind hoch wie nie, diese Mietpreise oder Immobilienpreise. Aber jetzt kann sich ja jeder von euch ausrechnen, gerade wenn man jetzt auch so ein eigenes Haus besitzt, ob der Wert steigt oder fällt. Denn ganz einfach, wenn ich da jetzt so einen Wohnblock habe und die Leute müssen jetzt schon irrsinnig viel Geld für Sprit bezahlen, dann müssen sie viel Miete bezahlen und dann kommt jetzt eben dieser Gaspreis noch obendrauf oder möglicherweise gibt es dann mal eine Zeit lang kein Gas. Können diese Terminals so schnell gebaut werden? Ist das Gas dann wirklich preiswert? Fragezeichen. Und wenn die dann im Winter frieren müssen, weil eben so Miethäuser oder eben so Wohnblöcke einfach nicht mehr beheizt werden können. Jetzt frage ich euch mal, was gibt es denn da für einen Grund, dass man in Deutschland bleibt, wenn man im Winter friert? Und ist es dann wirklich so, dass Vermieter diese hohen Mietpreise dann überhaupt noch verlangen können? Gibt es dann wirklich noch in Deutschland so eine hohe Nachfrage nach Wohnungen, wenn das so teuer ist? Und wo verdient man so viel Geld, dass sich das lohnt? Und wenn ich jetzt einfach nur von der Hand in den Mund lebe? Also dass ich gerade so durch meine Arbeit die Miete bezahlen kann und das Gas dazu und dann bleibt nichts weiter hängen. Ich weiß halt nicht, ob viele Leute sich das antun möchten. Vor allem, wenn dann mal eine Waschmaschine kaputt geht, dann ist kein Geld da. Ich meine, es geht ja bestimmt jetzt schon vielen Leuten so, aber das wird ja noch heftiger. Und dann kann es sein, dass man da vielleicht sogar einen guten Job hat als Ingenieur oder als was weiß ich was. Und es bleibt trotzdem nichts hängen, weil die Preise so hoch sind und dass man dann trotzdem damit rechnen kann, ja, dass halt im Winter vielleicht den ganzen Januar hindurch das gar kein Gas gibt. Und dann muss man sich irgendwie so einen Schlafsack kaufen, dafür so polare Bedingungen, dass man es in seiner Wohnung aushält. Überlegt euch das mal. Und dann ist halt die Überlegung naheliegend, zahlt dann jemand noch 1500 Euro Kaltmiete in München oder zieht der weg? Und das ist exakt das, was ich für Deutschland vermute. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die jetzt so auf die Schnelle dieses Gasproblem lösen. Wenn ich da jetzt auch weiter schaue, da beim Putin, der hat zum Beispiel gesagt, ich weiß nicht, womit sie heizen wollen. Atom wollen sie nicht, Gas wollen sie nicht, wollen sie wieder mit Holz heizen. Und da hat er voll und ganz recht. Mit was wollen wir heizen? Man kann mit Holz nicht so einfach heizen so viele Mietwohnungen. Und dann hat man doch wieder ein Problem mit den Grünen, wenn jetzt auf einmal alle Wälder gerodet werden. Weil das muss ja jeder dann irgendwie eine warme Wohnung haben. Und baut man dann in jede Mietwohnung einen Kachelofen ein. Geht das so einfach? Die ja eigentlich auf Gasheizung ausgelegt sind. Stellt euch das immer vor mit so Plattenbauten, da wo viele Parteien drin wohnen. In München, in vielen Städten. Nicht jetzt der Bauer auf dem Land, der dann da seinen Kachelofen hat. Da mag das schon gehen. Aber wenn die alle abwandern und wenn jetzt der Spritpreis immer noch teurer wird. Die sagen da schon Bremse und so weiter. Dann wären ja die Lebensmittel im Supermarkt auch extrem teuer. Den Supermarkt kann man auch nicht heizen. Man braucht ja auch Energie für die ganzen Kühltheken. Wie funktioniert das denn dann, wenn wir die Kernkraftwerke alle abschalten? Wenn dann zu wenig Strom da ist, weil im Winter einfach zu wenig Sonne scheint für die Photovoltaikanlagen. Der Wind zu wenig geht. Und dann müssten ja eigentlich diese Gaskraftwerke einspringen, die dann diese Spitzen abfangen. Die springen aber dann nicht mehr ein. Und wie kühle ich das dann alles? Wie halte ich diese Infrastruktur aufrecht? Denn ohne Strom komme ich in den Supermarkt gar nicht rein. Ohne Strom funktioniert die Kasse gar nicht. Und wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich diese Dummheit der Bevölkerung ausbaden. Ich sage bewusst Dummheit, denn viele haben ja einfach rot-grün gewählt. Im besten Wissen und Gewissen. Und jetzt heulen sie rum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mitleid mit den meisten Menschen hält sich ziemlich in Grenzen. Aber unterm Strich heißt es doch, nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Und da ist halt auch die Frage, was glauben die meisten denn, wenn sie die Baerbock wählen? Da war ja erst die Debatte, die soll Bundeskanzlerin werden. Oder den Scholz. Haben sich die Leute nicht mal vorher angeschaut, was der Scholz so getrieben hat? Ist es nicht wichtig, bevor man irgendwie einen Wahlzettel ausfüllt, dass man sich auch ausreichend informiert? Und dass man nicht nur ARD und ZDF anschaut? Und ich sage, das wird richtig heftig in Deutschland. Und da ist eben auch die Überlegung, macht es nicht irgendwann Sinn auszuwandern? Und wann ist die Schmerzgrenze überschritten? Vor allem, wenn man vielleicht eine Fachkraft ist. Da, wo sich so andere Industrieländer freuen, wenn man da hingeht. Weil es einfach einen Fachkräftemangel gibt. Was soll denn da mit der deutschen Wirtschaft passieren? Wenn es keinen Strom gibt. Wenn man digital gar nicht weiterkommt, weil es einfach keinen Strom gibt. Oder wenn alle frieren im Winter. Das kann dann kein Wirtschaftsvorreiter werden. Auch diese ganzen Beschränkungen. Diese schwachen Menschen. Dieser ganze Bürokratenschwachsinn. Die wo wie so Korintenkacker auf völlig unwesentlichen Sachen da rumhacken. Rauf und drunter. Und ich denke mal, dass das vielen keinen Spaß macht. Mir persönlich auch nicht. Dann kriegt man vielleicht noch so eine Impfpflicht. Und das ist halt auch für viele freiheitslebende Menschen. Die wo sagen, ich möchte das nicht. Und ich möchte das nicht, dass der Staat selber mich entscheidet. Wird das dann so ein rot-grünes Imperium. Da wo keiner mehr was hat. Da die Menschen komplett verarmt sind. Und da wo jeder den anderen hinhängt. So eine Blockwart-Mentalität. Das sind wir jetzt auch. Jetzt sind alle sauer auf die Russen. Die wo da gar nichts dafür können. Vorher waren es die Ungeimpften. Und wie schaut denn das dann aus, das Deutschland in 10 Jahren? Ich könnte mir halt vorstellen, völlig verarmt. Die Industrie komplett am Boden. Und dass halt dann die Menschen sich gegenseitig überall hinhängen. Wenn das nicht vorher schon war. Und die meisten dann schon abgewandert sind. Und darum ist das Zitat ziemlich gut von Putin. Und ganz ehrlich, bevor er jetzt wieder schreit. Ich bin kein Putin-Fanboy. Und ich finde das in keinster Weise gut, dass der jetzt Krieg gegen Zivilisten führt. Für mein Dafürhalten hätte die Ukraine aber auch schon viel früher aufgeben müssen. Und das, was jetzt da alles passiert, diese ganzen Opfer auf beiden Seiten. Das finde ich schrecklich. Und das bräuchte es eigentlich gar nicht. Denn die Ukraine, die müsste sich eingestehen, dass sie eigentlich von vorn weg schon verloren haben. Die haben zu hoch gepokert mit ihrem NATO-Beitritt. Oder dass sie selber Atomwaffen haben wollen. Die haben sich einfach nicht auf Russland eingelassen. Gut, das kann man jetzt sehen, wie man will. Da gibt es immer zwei Seiten dazu. Aber im Endeffekt haben die halt auch nicht eingelenkt. Und was da im Land passiert, da gibt es ja viele Geschichten über so eine Organmafia. Dann über Nationalisten da in den höchsten Reihen. Da gibt es natürlich auch Schattenseiten über die Ukraine. So ein korruptes System, das auf ARD und ZDF so nicht beleuchtet wird. Und das alles hat halt diesen Kochtopf zum Überkochen gebracht. Aber ist das jetzt wirklich meine Aufgabe, dass ich mich da einmische und im Winter friere? Und darum hat da Putin recht. Ich weiß nicht, womit sie heizen wollen. Atom wollen sie nicht. Gas wollen sie nicht. Wollen sie wieder mit Holz heizen. Und das geht für mein Dafürhalten in so Plattenbauten nicht. Und da wohnen die meisten Menschen. Denn nicht jeder Mensch hat einen Bauernhof daheim. Und ich sage, das fällt uns extrem auf die Füße. Und dadurch gehe ich auch davon aus, dass viele Firmen einfach abwandern, weil einfach der Standort in Deutschland, auch der industrielle Standort, einfach zu teuer wird. Ich habe da jetzt erstmal auch so eine Reportage gesehen. Da geht es um die Stahlproduktion und Stahlindustrie. Und die brauchen ja auch ziemlich viel Strom, dass sie das Stahl herstellen können. Dass wir bauen können. Dass wir bestimmte Sachen errichten können. Eben für diesen technologischen Fortschritt. Und die sagen, dass da die Energie überhaupt nicht ausreicht dafür. Und dass der Strompreis einfach zu teuer wird. Und das alles wird dann runtergefahren, weil da reicht einfach Photovoltaik und irgendwie so Windräder nicht aus für sowas. Und das alles macht aus Deutschland, für mein Dafürhalten, ein Entwicklungsland. Und dieser Silensky, man sieht es jetzt hier zum Beispiel auf der TAZ, wobei ich die TAZ eigentlich nicht so gern mag. Da war er ja im Bundestag. Präsident Silensky, der fordert da so eine Flugverbotszone. Und die wollen uns halt da jetzt mit reinreißen. Und wenn sich da Deutschland mit einmischt und so, dann haben wir auch bald den dritten Weltkrieg. Klar will der das alles. Aber wir als NATO-Staat oder allgemein die NATO, wenn sich die jetzt dazu hinreißen lassen, dann hängen wir alle genauso drin wie die Ukraine. Anstatt, dass dieser Unmensch, und das ist für mich ein Unmensch, endlich aufgibt und aufhört, seine Leute zu verheizen. Und ich glaube halt auch, dass es in diesem Bundestag viele dumme Politiker gibt, die sich da auch hinreißen lassen. Da hat ja auch diese Saskia Esken gesagt, ja, sie schließt jetzt den NATO-Einsatz nicht mehr aus. Die ticken ja wohl nicht ganz richtig. Dann können wir unseren Kopf dafür hinhalten, für diesen Ukraine-Krieg, weil Deutschland nichts Besseres zu tun hat, als da Waffen hinzuliefern oder sich da einzumischen. Dümmer geht's echt nicht. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann erstmal zu einem heftigen Krieg ausartet oder dass eventuell vielleicht auch mal eine Atombombe fällt. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Und ich bin so enttäuscht von diesem Land, von dieser Regierung, dass ich echt schon teilweise darüber nachdenke, ob es woanders nicht besser wäre. Vor allem jetzt mit diesem Gasproblem. Und ich habe sicher keine Lust, dass ich Tag und Nacht arbeite oder mir da irgendeinen Job suche und dann wird mir alles weggenommen und im Winter muss ich noch frieren. Nee, danke. Und da dann das Gas abdreht. Oder wenn sich dann die Grünen wieder hinstellen und sagen, wir sanktionieren Katar, weil die sind homophob und das wollen wir hier nicht. Und dann kaufen wir kein Gas mehr. Ich glaube, dass diese Grünen-Politiker, die machen das da wieder genauso, dass die da gar nichts daraus lernen. Die fahren so lang gegen die Wand, bis es nicht mehr geht. Und dann sagen sie, das konnten wir nicht wissen. Die anderen sind schuld. Die sind ja unbelehrbar. Die checken es nicht. Ich meine, jeder von euch kennt bestimmt jemanden im Bekanntenkreis, der immer das Gleiche falsch macht. Und man sagt es dem hundertmal. Und er macht es immer wieder. Er macht es immer wieder und wundert sich immer wieder, warum es schief geht. Und er macht immer das Gleiche. Und so in etwa schätze ich jetzt diesen Scholz oder die Baerbock ein, weil die verdienen ja ausreichend Geld. Die werden im Winter sicherlich nicht frieren. Und wenn das dann mit Russland vom Tisch ist und wenn dann das Gas irgendwie über Saudi-Arabien bezogen wird und die kriegen das irgendwie hin da mit diesen Terminals, dass es dann mehr schlecht als recht läuft, dann könnte ich mir schon vorstellen, wenn Saudi-Arabien da irgendwie was macht, irgendwie so homophob oder so, dass die die dann auch sanktionieren und sagen, dann kaufen wir von euch kein Gas mehr. Und dann könnte es auch sein, dass Saudi-Arabien sagt, wisst ihr was, ihr braucht von uns gar kein Gas mehr. Wir liefern das jetzt nach Indien oder auch noch nach China. Und dann stehen sie wieder da und sagen ja, an uns lag es nicht. Und dann kommen wieder diese ganzen Wahlplakate. Da heißt dann der Olaf, der macht es schon. Und die Annalena Baerbock, das ist auf jeden Fall die Zukunft mit vollen Schritten in die Zukunft. Das ist gar keine Zukunft. Das sind die größten Schritte in Richtung Verarmung, in Richtung Entwicklungsland. Und glaubt ihr ganz ehrlich, dass so reiche Firmen oder Leute sich das gefallen lassen? Die hatten ja auch ziemlich viel Risiko, dass sie ihr Unternehmen da hochgezogen haben. Wenn die dann sagen, wir enteignen euch da jetzt alle. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich das viele Leute geben und die bauen sich das dann irgendwo anders auf. Meine bescheidene Meinung. So, ganz wichtig hier, stört der Priester Support. Komm in meinen Telegram-Channel, der ist hier verlinkt. Und da wirst du dann immer informiert, wenn ich ein neues Video rausbringe. Bitte check auch die anderen Links soweit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut, hau rein, bis dann. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du dir auch meine Songs herunterladen. Auf iTunes, Amazon. Ein Song allein kostet nicht wirklich viel Geld. Er unterstützt mich immer sehr, sodass ich praktisch neue Projekte finanzieren kann. Falls du das möchtest, falls dir die Musik gefällt, wäre das die Anlaufstelle. Des Weiteren kann man auf Amazon auch meine Bücher und T-Shirts kaufen. Ich blende die Links unten ein. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch meinen eigenen Shop auf störte-priester.de. Hier findest du alles rund um meine Band Störte Priester. Und ich werde dir alle Links nochmal unten in die Videobeschreibung posten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020